Willkommen bei dem Wetter auf dem Programm. Mein Name ist Miguel Angel Montemayor und ich werde Ihnen drei Tage Pronoste für Munich Deutschland. Guten Montag, beginnen wir mit Wingenwetter. Die Temperatur kann von 20 bis 500 Grad Celsius liegen. Diesen Tag ist sonnig mit einem leichten Chance Regen. Kann die Temperatur von 25 bis 30 Grad Celsius liegen. Im Mittwoch haben wir eine große Veränderung der schonen Regen. Die Temperatur kann von 15 bis 20 Grad liegen. Das ist es für das Wetter. Mein Name ist Miguel. Sie daran erinnert, leben glücklich und gänzend. Gut. 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 Gut.